Das Schösschen gibt es schon mit Mittags gemäht, mit engen Klick abkaufen. Zum Auslaufjahr unter Feierdäsch gibt es zwölf von den Leuten, die Apps am Internet bestellen, massiv an die Lucht. Wenn der Klick bis beim Wander aufkommen, seine Kreditkarte hat hier abgeschmackt, wird vorher auf die Wege geschickt. Bis, ja bis hier im Land aufkommt, zu Beeteburg am Zentrum der Triefe von der Post. Hier können Sie ziemlich Alkohol und die neuen Lötzebäueradress geliefert werden. Normalerweise sind das in der moyenne 14.000 bis 15.000 Tag den Tag. Während der Periode von November bis Januar können normalerweise bis zu 30.000 Tag den Tag geteilt werden. Mit keinem Lötzebäuer ist es, als das Zentrum der Triefe errichtet wird, geht es um die Triefe. Über 310 Meter Förderband und abzulegen und rutschen Sensoren anhanden, soviel, dass Alkohol bei 24 Stunden der Wege bei seinen Empfängern findet. Verschiedene sogenannte Mayfix, die sogar noch den Tag selber ausgeliefert werden. Der Periode kann zusammen mit vielen anderen auf Englischarien sein. Da wird der Periode über Band gelöst, wenn die Triefe gemerkt wird. Je nachdem, was für ein Land der Periode steht. Der Gros von der Periode kann aus Deutschland gleich 60 bis 65 Prozent von all den Küsten kommen von unseren deutschen Norden. Auf zweiter Platz steht Frankreich mit 20 bis 25 Prozent von der Periode, die am Zentrum der Triefe kommen. Da können Belgisch mit 10 Prozent und mit 1 Prozent kommen aus den USA und aus Holland. Und der Periode bei so einem Bandleid geht es quasi automatisch. Einmal die Rückglut passiert und die digitale Sphären sorgen dafür, dass sie nach dieser Position auch kommen, wo es soll. Das ist ein weiterer Schario, wobei all Schario so zu suchen für den Dürf steht. Das Schario wird da ganz einfach an die Camionette gedrückt, die das letzte Stück für die Päckchen überhüllt. Eher das von daheim. Oder vielleicht ein von der Söhlechen Päck ab 24 und 24 Stationen, wo die der Periode runderen Tauern könnte sicher gehen. Wenn ihr mehr wollt gehen, vielleicht doch mal den Center der Triefe zu Beteburg besichtigen. Oder ihr fragt euch ganz einfach nicht mehr, wen ihr ihre Peri gehen könnt. Da geht ihr auf www.post.lu-Megavir oder die Rufe der Sünde im Gratis-Telefon 8002-8000-Fächer.